Der Applaus hat für uns sicherlich noch einiges zu sagen. Bitte Marita, ein Kollege Luchs. Hey, Ludi, war gut. Was macht ihr denn hier? Habt ihr nicht gehört? Tietem ist rot und Cedar ist aus Gold, hat der Gabriel gesagt. Hier geht ihr nicht auf den Leiden. Ihr schaut da durch. Deshalb seid ihr heute hier fantastisch. Herzlich Willkommen. Applaus Glaubt mir, die sind echt nervös. In Berlin, im Kanzleramt, bei der SPD und auch in Wiesbaden. Der Herr Bouquet, der zittert. Wegen dieser sieben Demonstrationen an einem Tag. Denn wir können es schaffen. Tietem und Cedar stehen am Abgrund. Und das letzte Stück, Frau Merkel, Herr Gabriel, Herr Juncker, das letzte Stück schaffen wir auch noch. Vielen Dank. Vielen Dank.